Willkommen meine lieben Freunde zu meinem bereits 53. Ziv Comparison. Hier wieder zunächst bei Ziv 2, du wartest, du nimmst diese Dame hier mit. Das ist schon gefahren, diese Runde, machen wir das so und dann fahren wir mit Richtung Blutens, wo wir uns hier. Hör. 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 Perfekt. So, jetzt haben wir noch ein Schiff und können dann unsere Spionen vielleicht da aufbauen. Klingt gut. So, dann was machen wir mit euch? Hier drüben, in die Nähe von diesem Boot würde ich euch eigentlich nicht hinbringen. Schau an, der hat sowas gebaut. Oh, meine Bank als nächstes. Und wir werden das Ding mal nach Woodlake bringen. Da würde ich das mal warten. Ja, naja. Bauen wir mal eine Straße hier. Dann können wir nächste Runde schneller weg von dort. Ja. Noch mehr von diesem elenden Typen. Boah. Die Arzteken brauchen Cure for Cancer. Die wollen wir das wegbauen. Ist das arg? Finde ich nicht richtig. Hm. Was werden wir dann nur machen? Taktik. Hm. Hm. Hört ihr auf, meine armen Städte anzugreifen? Ihr Wahnsinnigen. Puh. Könnten wir das bitte lassen? Okay. Wenn ihr eure Schiffe damit zerstört, ist das eh okay. Aber ich weiß immer mal, ich unterstütze meine Einheiten. Ah. Ja. Hm. Wir bauen jetzt hier einen... Nein, keine Granary, einen Tempel. Getspödel. Ach, haben wir noch einen Freight. Yay. Wir haben Miniaturisierung entwickelt. Offshore-Kleitforms, die sind echt gut. Dadurch haben wir eine Städte noch etwas besser im Produzieren. Im Fibus Warfare nehmen wir nicht. Weil das kann man Sterling-Combustion nehmen. Wir haben einen Spion vielleicht mal da. Kletterbau in Colosseum. Oh, Bibliothek ist gut. Eine Fabrik ist noch besser. Ah, Stock Exchange ist gut. so braucht noch keiner was mit jams marabena kapfenberg und allein supermarkt immer dort bald hinkommen mit den supermarkt dingen gut du warst ein bisschen umsonst dort ja so es geht was mal gut, da weiß ich auch schon wo ich die nächsten Städte hin wo kommst du hin, wo kommst du hin ich weiß schon wieder, das ist auf und ab gefahren gehen wir mal weiter bis nach ravena so ab jetzt solltest du sowas schaffen wenn ich dich nach bootleg schicke die mount silk hm, sollen wir jetzt typisch oder sollen wir weiter fahren na, jetzt typisch nicht mal wir warten mit dem shippernackli noch ein bisschen zu so, du wartest auch du wartest auch und zwar deswegen, weil hier den grad zumal noch ein genau, da haben wir dich keep moving keep moving so und du holst dir jetzt so das put in zittin mh 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 du 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 toll sollen bis ich den abholen naja wo ist die nächste runde da denken wir hoffentlich dann etwas mehr dran so wo haben wir gesagt machen wir da noch eine stadt hin irgendwo brauchen wir da schon noch eine stadt hier einfach mal wir haben noch ziemlich viel zum erforschen ich habe keine ahnung wo die griechen zum beispiel sind 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 ob die griechische schiffe sind ständig was heißt es mir die konkrete q4 kann so sehr wahnsinnig nicht Nelly fertig sein, auch Lidl-Bakon, was ist mit Silber, auch Lidl-Bakon, Silber oder Silke, Salz wird es wohl keiner mehr brauchen. Ja, Stock Exchange ist gut. Oh, I'm afraid. Oh, Apple sollte vielleicht Engineer spawnen. Ja, so ein Zerstörer ist schon ganz nett, der fahrt schon ziemlich schnell. Auf den Insel haben wir definitiv noch sehr viel Potenzial. Goldheids. Ich habe keine Ahnung, wo die Heids hinkommen. Das heißt, die brauchen wir, um etwas fertig zu bauen. Na gut, dann fahren wir halt nach W. Okay. Eben wie beim Wanderbauen. Apropos Wunder. Wir müssen auf jeden Fall eins von diesen Wundern frühzeitig bauen. Oh, da haben wir immer noch alles. Das fertig gebaut werden muss. So, du gehst nach Wood Lake. Okay. So, du gehst da auf S. Da warten wir. Und da ist in Ordnung. Die Heid ist ja cool. Das ist echt spitze. Weil dadurch ist die Stadt noch billiger. Ha! 350. Und unser Spion ist nach Holabrunnen gekommen. Und wir haben amphibische Kriegsführung auch gekriegt. Ausgezeichnet. Was? Das ist ja der Glutes. Das kommt kurz aus dem Weg. Das steht hier. Und das war richtig. Und du hast ihn gesagt. Und hier ist das Ganze. Jetzt kommt dann den Mann. Ich hab vier schon zusammen in die Hand. Du most es seit L alley? Und hier. Ich hab Analytics und die 1983�b, dasRedmin lief, das heißt ja. Was ist mit dir, Shaka? Wir ignorieren das. Er will beaccept. Ich bin schon ahm, das geht ja. Vor allem, wenn wir Glück haben, bleiben wir drei Runden lang im Frieden. Und zwar deswegen, weil dann können wir den Spion raufbringen, ohne dass uns irgendetwas passieren wird, also ohne dass uns mehr angreifen wird. So, James, wo haben wir gesagt, bringen wir die hin? Nach Avena. Das machen wir ja mehr oder weniger schon. Nur bitte, was von dem Geld, was wir gerade rausgeben haben, haben wir schon wieder herringen. So, das Gliobener Ding muss hier wohl warten, bis was kommt. Ah, da hatten wir schon was. Das heißt, wir haben da auch schon das Ding gebaut. So, das Gliobener Ding muss hier wohl warten, bis was kommt. Das heißt, wir haben da noch eine Stadt hier. Das heißt, wir haben da noch eine Stadt hier. Oh. So, zum nächsten Mal holen wir uns den von da oben. Und bringen ihn nach allein. Okay. Machen wir vorgleich weiter. Machen wir vorgleich weiter. So, dann raten wir Verfehlungen. Z.B. Zum Beispiel auf einen Angriff, der sicher nicht überraschend kommt für uns. Falscher Knopf. Da brauchen wir noch Farbenland hier. Und ein Angriff... Ja, ja, ja. So, unser Woodlade-Schiff. Sollen wir da noch warten? Okay, es gibt nichts mehr zum Warten hier. Wenn wir jetzt fahren, kann das fatal enden. Das kann es auch mit größerer Landung machen. Das wuchs mir vielleicht eh besser. So, wir fahren nur mit einem Stück Besatzung. Okay, die Griechen werden uns wohl jetzt angreifen. Okay. Das ist interessant. Das ist immer nicht sehr recht, wenn man mir was vor der Nase davon baut. Ah, die Sulu brauchen Spices. Okay. Ne, wird doch glatt. Ähm. Und dann, wo wir die Bank als nächstes. Eroconium baut einen Hafen. Vielleicht sollten wir gleich ein Coastal Fortress auch bauen. Und dann, wo wir die Bank als nächstes. Oh, das ist schon nicht gut. Okay. Ah, Silver System. Definitiv. Das brauchen wir definitiv noch einen Hafen. Aufshore-Plattformen auch gleich. Hey, wir haben eine Heilung gegen Krebs und das im Jahr 1856. Da wussten die Leute auf unserer Welt noch gar nicht, dass es Krebs gibt. Ja, ok, sie haben es gewusst, aber das war jetzt nicht wirklich die massentragliche Krankheit. Wir bauen eine Stock Exchange als nächstes. Ja, ja, du brauchst das weiter einfach. Das ist lieb von denen. Was könntest du denn jetzt gerade bauen? Ok. Nein. Nein. Okay. Okay. Schauen wir mal. Okay. Okay. Das werden wir jetzt noch nicht umbringen. Ja. Du wartest. Jetzt wachst du da auf das Schiff und das Schiff macht eine Kehrtwende und fährt wieder in Richtung Norden. Gut. Ich glaube, für jetzt mache ich Schluss, weil wir haben 25 Minuten. Allerdings die Ziv5 Partie wird nur eine Runde dauern. Weil da haben wir ja letztens bis 1854 gemacht. Das heißt, wir sehen uns gleich für einen ganz kurzen Beitrag aus der Ziv5 Ecke. Bis dann. Tschüss euch. Falsche Taste. Wir kommen jetzt auch zum zweiten Teil von meinem Ziv Comparison in der Ziv5 Zone. Wir haben hier nur einen Zug vor uns. Wir sind das vorletzte Mal, glaube ich, oder das letzte Mal schon? Weiß ich nicht genau. Letztes oder vorletztes Mal schon sind wir im Krieg geraten mit den Schoschonen. Unsere guten Freunde, die Brasilianer, haben uns gebeten, dass wir ihnen im Krieg helfen. Ich muss zugeben, das ist gut, dass wir denen den Krieg erklären. Wir sind relativ stark und wenn wir das Spiel gewinnen wollen, dann müssen wir auf jeden Fall die in irgendeiner Form erledigen. Na gut, schauen wir mal. Ah, da gibt es noch jemanden mit der sich bewegen. Ah, du bleibst da. Schau was an. Mosonkani wird da angegriffen. Ah, der Turmus hat sich uns angeschlossen. Schau. Ich schau auf, mein süßes Pogota anzugreifen. Arg. Ist das arg? Ja, es ist arg. Ah, das ist ärgerlich. Was haben die Frieden gesteckt? Wahrscheinlich hat er den Tings wahrscheinlich... Ah, sehr gut. Da haben wir eine fremde Legion versenkt... Wahrscheinlich hat er das... Ja, klar. Galdika haben sie erobert... Die Polen... Ah ja, du bleibst im Teampunkt einfach stehen mal. So, im Endeffekt wollen wir Moson Kani einnehmen. Das heißt, wir müssen unsere Truppen alle irgendwie... Darauf bringen. Okay, du gehst da auch rein. Samarkandischer Freipoiter, der ist auf meiner Seite. Finde ich gut. Gut. Ah, wie schon mal, wir brauchten Land. Wir brauchten... Sicher welche Hormuz hätte ich gerne einen. Hormuz. Wo ist Hormuz überhaupt? Es ist Prag. Da ist Hormuz. Schauen wir mal, ob wir nach Hormuz kommen. Von hier. Nein. Mist. Von hier kommen aber sicher nach Hormuz. Das heißt, wir gehen nach Brentford. Und... Jo. So, Strassen. Ein Konquistador. Wer stimmt, den haben wir geschenkt, kriegt letztens. Der Vaterhofen schaut sich dieses Gebiet an. Der Konquistador fährt da jetzt Richtung. In Ordnung. Ah, ja. Genau. Wir wollten eine Stadt hier bauen. Na. Was gezeichnet. So. Schütze bleibt da stehen. Wir forschen hier noch mehr. So. Brentford ist das. Wir schauen die Quellen. Wir schauen uns. So. Ein Monument, aber wir kaufen einen Hafen, wenn das irgendwie möglich ist. Hier ist es. Mhm. Hm. Männische Brommerie vielleicht mal. Ah, wir könnten eigentlich auch ein Tanzerschiff bauen mal. Garten. Ist ganz gut. Tempel. Wir haben noch keinen Tempel. Brauchen wir noch Tempel? Hm. Ah, nein. Falsch. Hm. Oh, Gott sei Dank. So, was machst du? Du wirst vielleicht unsere Stadt hier beglücken. Wir werden wahrscheinlich auch von Brentford hin runterschicken. Das ist nämlich näher. Ja. Naja, dann. Du kannst nichts kaufen, will. Missionare. Das könnte man natürlich machen. Missionare von hier. Oder Inquisitoren von hier. Darüber schicken. Was haben wir denn da gebaut? Eine Moschee. Dann könnte man dort nämlich vielleicht auch Moscheen bauen. Hm. Du hast keine Moschee, oder? Was haben wir denn die für... Das ist doch immer eine Kathedrale, oder? Ja. Mhm. Das ist doch immer eine Kathedrale, oder? Ja. Mhm. Hm. Hm. Das wäre natürlich schon eine Möglichkeit, dass man zum Beispiel hier in Buffalo Creek noch eine Moschee dazu baut. Das ist ja eine interessante Idee. Wir kaufen da mal einen Inquisitor. Und der Inquisitor wird erst dann was machen, wenn wir wieder die 400 haben. Weil ansonsten ist das aber mühsam. Mhm. Gut. Na dann machen wir wieder Schluss für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Schlaf gesunder und was schönes. Zapf! Auf Wiedersehen.